So, jetzt versuche ich Feuer zu zünden. Erstmal hier mit Birkenrinde. So, ein bisschen Späne machen. Jetzt zünden. Jawohl, das sieht gut aus. Ich habe es anbekommen. Es brennt. Obwohl das alles richtig Nassholz ist von diesem ganzen Regen. Das Holz war richtig nass. Also das ist die ganze Zeit so richtig nass. Ich werde jetzt noch mehr Nassholz suchen gehen und das ein bisschen aufstapeln, dass es ein bisschen besser brennt. So, währenddessen dieses Feuer hier vernünftig brennt, werde ich jetzt dieses Mais hier genießen. So, ich habe hier vorne ein vernünftiges Glutbett und ich werde jetzt hier diese Dose Mais, die werde ich als Kochtopf benutzen. Und eine Tüte Reis werde ich auch direkt reinmachen. Und in der Zwischenzeit, solange das hier noch nicht fertig ist, werde ich erstmal diese Bierdose hier aufschneiden. Jawohl, das wird mein Teller sein. Guck mal, guck mal hier. Der Reis, der kocht so langsam. Da kommen Blasen raus. Jawohl. Oh ja, das schmeckt echt gut.